das ist das besser jetzt habe ich mal nicht auf es mich jetzt wieder wirklich so so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da haben wir eine Axt. 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 ist das alles heißen naja sind diese pflanzen das alles heißen 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 können wir uns hier so oder so einbauen das alles heißen ich habe sowieso eine idee was ich hier baue das problem ist ich glaube draußen erstmal mein ganzes zeugbau kisten und alles wenn ich drin alles baue, muss ich das spiel dann wieder abreißen also was ist das abreißen, steht auch alles wieder am weg deswegen machen wir immer so eine kleine Hütte jetzt haben wir uns das mal so professorisch erstmal Vielen Dank. Ich habe keine Holzband hier und ich habe keinen Bock, dass ich dich hier oben bauen, dass irgendwas nerviges kommt. Ich habe keine Holzband hier und ich habe keine Holzband hier. Ich habe keine Holzband hier und ich habe keine Holzband hier. Ich habe keine Holzband hier und ich habe keine Holzband hier. ich brauchte was zum essen angehaben aber nicht nicht ich brauchte was zum essen angehaben aber nicht so sagen wir mal direkt hier den Wassereimer daraus wir kommen damit die holzmannmann die sah ja gestern richtig in 10 geil aus jemand war das ist das so richtig nice aus das ist das so richtig das ist das so richtig doch scharfen so 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 hmm ja so 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 is this is this mana more so 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 you Untertitelung des ZDF, 2020 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 automatisch platziert also wenn ich einen tag hat dass wir mal kurz raus das bräuchte jetzt ab und es tut er direkt auch noch spazieren okay 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 das ist geil okay das ist nice ja perfekt ein bisschen holz ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt machen wir das mal so. 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 Thomas Die Klingel ist ein wenig. Ich habe gleich gekämen. Vielleicht können wir so ein bisschen mehr essen kriegen. Ich werde jetzt mal eine kleine Pause machen. Ich bin müde gerade. Ich bin gerade bennen. Deswegen, nicht morgen wieder swim oder du mich ja nicht mehr. Und tschüss.